Was ist das für dich? Ich bin sehr auf jeden Fall gut. Ich habe auch schnell eine Wohnung gefunden, was natürlich nicht so üblich ist, wie ich das im Nachhinein gehört habe. Von der Mannschaft her super aufgenommen. Da kannte ich vorher schon zwei, drei Spieler. Und ich denke, mit dem Saisonverlauf lässt man noch so etwas einfacher geschehen. Was heißt gejagt? Ich denke, vor fünf, sechs Wochen haben die Gegner auch relativ defensiv und kompakt gegen uns gespielt, weil es einfach unsere Spielweise ist, große Spielanteile zu haben, sehr viel Fußball zu spielen. Und da haben die natürlich alle versucht, sich defensiv gut zu stellen und Konter zu fahren. Aber ich denke, wir wissen da, was da auf uns zukommt. Jetzt gegen Offenbach, die haben auch eine Serie an ungeschlagenen Spielen. Das darf man auch nicht vergessen. Und die wollen natürlich auch hier auf jeden Fall was holen. Aber wir werden natürlich alles daran erlegen, die Punkt hier zu halten. Liebe Preußen-Fans, kommt am Samstag um 14 Uhr ins Stadion und unterstützt uns. Und alle Erstsemester der Uni Münster haben freien Eintritt. Und jeder weitere Student kommt für fünf Euro rein. Ein paar weiteren Fragen an Rico Schmieder, der ist auch in der Uni Münster. Viel Spaß! Der ist auch in der Uni Münster. War nur doch auf den Und da ist auch in der Uni Münster. Vielen Dank.